Wir stricken heute eine Maschenprobe. Hier auf der Banderole, ist auf jeder Banderole, könnt ihr entnehmen, welche Nadelstärke ihr benötigt und wie die Massangaben sind. Das heißt, wie viele Maschen müsst ihr anschlagen, wie viele Reihen müsst ihr hochstricken. Es muss auf jeden Fall immer 10 cm breit und 10 cm hoch sein. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Ich muss mal ein bisschen reinsummen. So, hier könnt ihr das gut sehen. Also hier müsst ihr mit 22 Maschen anschlagen und 30 Reihen hochstricken. Nadelstärke 4 bis 4,5, das ist die Nadelstärke. Und das sind die Angaben für unsere Maschenprobe. Maschenprobe muss immer gemacht werden, also vorsichtshalber immer Maschenprobe anfertigen, weil später kann euer Meisterstück wieder zu groß oder zu klein ausfallen. Weil man einfach nicht abschätzen kann, wie fest die Wolle sich bindet oder es gibt einige, die stricken etwas fester, dann gibt es einige, die stricken etwas lockerer. Oder der Garn ist einfach ein bisschen fester oder lockerer oder luftiger. Aber es ist je nachdem, was ihr benutzt. So, und zum Anschlagen, für die, die es noch nicht können, zeige ich euch heute zwei Varianten. So, und zwar, hier hatte ich schon mal angefangen gehabt, mache ich mal auseinander. Die erste Variante, ihr könnt es euch dann natürlich, also selbst aussuchen, welche davon ihr nehmt. Ich zeige euch mal die erste Variante, das ist genau die, die ich nicht mag. Ist aber jeden selbst überlassen. Also, ihr nehmt den Faden, hier ist der Anfang des Fadens. So, legt ihn hinter den kleinen Finger, über Ringfinger und Mittelfinger, geht hinter den Zeigefinger, vorne herum, zum Daumen, und dann um den Daumen herum. Und dann zieht ihr das ein bisschen vor, so, dass ein kleiner Zipfel hängen bleibt. So, das ist mal ein bisschen kräftiger. Ich habe eine alte Kamera. So, jetzt legen wir das hier drauf. Nehmen wir unsere Nadeln, stechen hier vorne ein. Ein bisschen runter, sonst fällt es mir runter. Von vorne einstechen. Faden holen. Also, ne, ihr holt euch dann den Faden. Von vorne. Ach, da. Von vorne einstechen. Faden holen, also Faden auf die Nadel und durch diese Schlinge hier durch. Dann habt ihr eure erste Schlaufe. So. Und dann strickt ihr ganz normal weiter. Das heißt, wieder von vorne einstechen. Faden auf die Nadel legen. Durch die Lücke durch. Festziehen. Habt ihr zwei Schlaufen, das sind zwei Maschen. Das heißt, 20 Maschen benötigen wir noch. So, ich zeige es euch nochmal. So, von vorne einstechen. Von vorne einstechen. Von vorne einstechen. Faden auf die Nadel drauf. Durch die Lücke durch. Daumen rausziehen. Und dann hier unten den Daumen wieder rein. Und einfach ein bisschen festziehen. Aber bitte zieht nicht zu fest an, weil die Arbeit, wenn die sich später, wenn die zu fest sitzt, dann kriegt ihr die Nadel nicht mehr so gut raus. Und beim Einstechen, wenn ihr später dann streckt, wird es ganz schön kompliziert. Es wird ein richtiges Gefummel geben. So, das war die erste Variante. Die zweite Variante, das ist die, die ich bevorzuge. Ich nehme dafür aber eine andere Farbe. Und zwar den Garn, mit dem ich arbeiten möchte. So. Ich muss den Anfang mal finden. Und zwar, ich nehme den Anfang über Daumen und Zeigefinger hier in die drei Finger hinein. Das heißt Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Einfach loslassen. Nehmen wir diesen Faden und diesen Faden. Haben wir so ein kleines Dreieck, umgedrehtes Dreieck. Und mit allen drei Fingern einfach umarmen. Ein bisschen rausziehen, damit wir nicht zu knapp enden. Jetzt müssen jetzt 22 Maschen, also 22 Maschen müssen angeschlagen werden. Also, die Länge ist schon ganz okay. Wenn etwas übrig bleibt, also wenn ihr ein bisschen zu viel hier so ein Schnipsel oder so ein Schnipsel ist, kann man später dann am Ende der Arbeit, wenn ihr fertig seid, mit stricken, könnt ihr das verstricken. Also, oder vernähen, verhäkeln, wie auch immer. Es gibt verschiedene Varianten. So. Jetzt schlagen wir unsere Maschen an. Das Gute an dieser Methode ist, in dieser Variante, wir schlagen gleich zwei Schlaufen auf einmal an. Das heißt, wir stechen hinten ein. Wir fahren ein bisschen vorziehen, aber nicht zu fest. So wie es locker ist. Vorne einstechen. Das ist im Prinzip die gleiche Variante, wie bei der ersten auch, dass wir hier vorne einstechen. Wir ziehen, den Faden auf die Nadel, durch die Schlinge durch, Finger loslassen, festziehen. Nur, dass wir hier halt zwei Varianten haben. Ich zeige es nochmal. Faden um den Daumen, Zeigefinger. Könnt ihr auch einfach so drauflegen und dann, jups, dann habt ihr euren kleinen ungebräten Dreieck. Dann gehen wir von hinten hinein, nehmen den Faden mit. Dann haben wir hier, wenn wir so gucken, so ist es gerade. Und wenn wir so machen, sieht ja hier, bildet sich eine kleine Schlaufe. Dann stechen wir vorne ein, holen uns den Faden auf die Nadel, ziehen den Faden durch, diese Lücke durch, loslassen, festziehen. Dann haben wir zwei Maschen auf einmal. Haha. So. Jetzt brauchen wir noch 20 Maschen. Zwei Handel, ein bisschen fester, sodass die Arbeit beweglich ist. Aber nicht zu locker, also. Soll auch nicht zu locker sein. Zwei, zwei, drei, vier, einstechen, Faden auf die Nadel, durch die Lücke durch, ups, fünf, sechs, sieben. Sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, achtzehn. Neunzehn, zwanzig, zwanzig, einundzwanzig, zwanzig, zwanzig, zwanzig. Diesen kurzen Faden lassen wir, den vernähen wir später. Ich mache mal so einen kleinen Knoten rein, damit ich meine Maschen nicht verliere. So, jetzt haben wir unsere 22 Maschen angeschlagen. Und weiter geht's zum nächsten Video.